Musik Herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Wir haben heute die Lektion Nummer 12 vom dritten Viertel 2020. Das Gesamtthema dieser Serie, dieses Viertels, lautet Freunde für Gott gewinnen. Und die Lektion von heute heißt eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden. Bevor wir anfangen, darf ich euch einladen, dass wir zusammen unser Hauptneigen zum Gebet. Himmelscher Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass du uns daran zeigst, was wichtig ist für uns, für unser Leben. Dass du da bist, dass du uns erlöst hast, aber auch wie wir im Dienst für dich mit dir zusammenarbeiten können. Wir bitten dich, wenn wir uns jetzt Gedanken machen über dein Wort, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen lenkst, unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir daran wachsen können. In Jesu Namen, Amen. Ja, also ich muss sagen, dass das Thema in diesem Viertel mich sehr angesprochen hat und auch der Inhalt dieser Lektion. Mark Finley ist wirklich jemand, der heißt ja der Autor dieses Viertels, der wirklich sehr viel Erfahrung hat, einer unserer besten weltweit gesehen, unserer besten Evangelisten und auch über Missionen, die wir so haben. Und er ist jetzt schon relativ alt geworden. Ich habe ihn noch, als er vor 30 Jahren, als er noch jünger war, habe ich ihn öfter erlebt in Schulungen und auch in Evangelisationen. Und ich muss sagen, dass ich das sehr gut finde, was er hier so ausgearbeitet hat aus der Bibel. Und heute geht es natürlich jetzt um die Drei-Engels-Botschaft. Eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden. Und es ist ein Thema, was mir selbst auf der Seele brennt und wo ich denke, dass es wert ist, dass man mehr darüber studiert, als wir jetzt nur in dieser kurzen Zeit, in dieser Stunde hier zusammen uns anschauen. Aber ich denke, wir können einiges anreißen heute, was man dann selber zu Hause weiter studieren kann. Es gibt auch noch mehr Material, was man sich dazu anschauen kann im Internet. Aber es ist schon gut, dass wir uns damit beschäftigen heute. Der Merktext in Offenbarung 14, Verse 6 und 7 für diese Woche lautet Hier haben wir also als Merktext, als den, der die ganze Woche so überstellt, strahlen soll. Den Text von Offenbarung 14 von der ersten Engelsbotschaft werden wir uns im Laufe der Zeit jetzt mehr damit beschäftigen. Die Anleitung ist folgendermaßen gegliedert. Erstens die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit von Petrus. Zweitens der Endzeitfokus der Offenbarung. Drittens die Endzeitbotschaft der Offenbarung. Viertens Gottesbotschaft noch besser verstehen. Und fünftens Gottesletzter Aufruf. Hier muss man wissen, dass diese letzten drei Punkte eigentlich dann die Dreieignelsbotschaft zum Inhalt haben. Und die ersten beiden so eine Art Einleitung sind für diese Dreieignelsbotschaft. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit. Vielleicht noch bevor wir damit starten. Ein Zitat auf Seite 139, das mich sehr angesprochen hat. Da heißt es, in dieser Woche werden wir die Relevanz der Offenbarung für die gegenwärtige Gesellschaft des 21. Jahrhunderts untersuchen. Gemeinsam werden wir den Appell Jesu an seine Endzeitgemeinde, diese Endzeitbotschaft weiterzugeben, neu entdecken. Das heißt, wichtig ist, dass man schaut, welche Relevanz hat diese Botschaft für unsere Zeit. Denn viele sagen, naja, die Botschaft ist eigentlich veraltet oder die brauchen wir nicht mehr oder wie auch immer. Und dass die heutigen Menschen anders denken und anders eingestellt sind, dass diese Botschaft und die Menschen heute nicht mehr irgendwo zusammenfinden. Aber ich denke, es ist umso wichtiger, weil das ist ein Ansatz, den Mark Findlay immer wieder bringt. Wie kann ich Gottes Botschaft so verpacken und so weitergeben, dass die Menschen dadurch sich angesprochen fühlen und davon auch innerlichen Gewinn davon haben. Punkt 1, die Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit von Petrus. Wir haben hier den Text in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12 und Vers 16 bis 21. Ich lese ihn einmal vor. Dort heißt es, Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Andere Übersetzungen sagen auch in der Wahrheit, die gegenwärtig ist. Und dann die Verse 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Petrus spricht hier davon, dass es eine gegenwärtige Wahrheit gibt. Und dass diese gegenwärtige Wahrheit mit der Prophetie zusammenhängt. Denn er spricht vom prophetischen Wort, was eine Bedeutung hat, gerade für die letzte Zeit. Und dass sie uns den Weg zeigt, das prophetische Wort nämlich, die gegenwärtige Wahrheit, für das Kommen Jesu, dass wir den Weg nicht verpassen. Denn wenn es dunkel ist, wenn es draußen dunkel ist und vielleicht Wolken den Mond verhüllen, dann kann es sein, wenn man im Wald ist, dass man den Weg nicht mehr findet, vom rechten Weg abkommt. Und so sagt Petrus, ist das prophetische Wort ein Licht, was uns den Weg zeigt. Aber immer nur so ein kleines Licht, was uns den Weg zeigt. Immer nur, dass wir so den nächsten Schritt erkennen können, um auch, wenn Jesus wiederkommt, dabei sein zu können. Das heißt, das ist gegenwärtige Wahrheit, von der er spricht. Und gegenwärtige Wahrheit bedeutet natürlich einmal eine Wahrheit, die schon eigentlich immer existiert, aber jetzt gegenwärtig neu entdeckt wurde oder neue Bedeutung bekommen hat. Wenn wir über die gegenwärtige Wahrheit sprechen, ist wichtig zu erkennen, dass es nicht so ist, dass die Wahrheit immer wieder sich ändert. Die Postmoderne sagt, na, Wahrheit ist relativ und jeder hat eine andere Wahrheit und jede Kultur und jede Gesellschaft und jedes Zeitalter hat andere Wahrheiten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die biblische Wahrheit, die göttliche Wahrheit immer gleich ist. Denn die Bibel sagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist immer der gleiche. Und Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit, die Bibel nämlich. Und die Bibel ist auch fest. Da ändert sich nichts. Ist egal, wenn wir hundert Jahre, tausend Jahre zurückgehen, ist immer die gleiche Bibel, die wir hier haben. Und von daher ändert sich nichts an der Wahrheit. Aber es kann sein, dass verschiedene Aspekte der Wahrheit zu bestimmten Zeiten besonders wichtig sind und hervorgehoben werden müssen. Oder auch einige Aspekte vielleicht in einem bisschen Kontext anders ausgedrückt werden, als es bei anderen Zeiten der Fall ist. Zum Beispiel Noah und die Flut. Die gegenwärtige Wahrheit zu Noahs Flut war, es kommt eine Sinnflut. Und dort heißt es dann, seine Botschaft an die Menschen war, geht in die Arche. Weil wer nicht in die Arche geht, wird verloren gehen. Natürlich verkündigen wir heute nicht mehr, es kommt eine Sinnflut und geht in die Arche. Wir bauen heute keine Arche. Aber natürlich die Frage der Rettung, dass es ein Gericht Gottes geben wird und dass wir Rettung finden bei Gott und wenn wir Gott gehorchen, das Prinzip ist das gleiche. Aber die Art und Weise der Verkündigung ist ein wenig anders. Und damals gab es zur Zeit Noahs Menschen, die haben gar nicht an Gott geglaubt, die haben die Botschaft auch gar nicht beachtet. Es gab Menschen, die durchaus gläubig waren, aber die gegenwärtige Wahrheit nicht angenommen haben und nicht in die Arche hineingegangen sind. Die sind auch umgekommen. Und es gab Menschen, die waren gläubig und haben die gegenwärtige Wahrheit für ihre Zeit angenommen und sind gerettet worden. Daran sehen wir, dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir irgendwie an Gott glauben, sondern dass wir auch die gegenwärtige Wahrheit, die Gott in einer besonderen Zeit besonders gegeben hat, dass wir die auch beachten und ihr folgen. Zweites Beispiel, Josef. Josef hat damals sieben fette Jahre vorausgesagt, dem Pharao durch die Träume, die Gott ihm gegeben hat, und dann die sieben Jahre Hungersnot. Und dann hat der Pharao den Josef eingesetzt, dass er in den fetten Jahren Getreide sammeln sollte, den Überschuss, der da war, damit dann auch eine Hungersnot sie genügend hatten. Und deswegen, die Botschaft damals, die Josefs Zeit war, Gott hat gesagt, dass eine Hungersnot kommen wird und bereitet euch vor, damit auch, wenn die Hungersnot kommt, man genug hat. Ein weiteres Beispiel, die jüdischen Propheten. Sie haben sehr häufig gesagt, nachdem viele israelitische und jüdische Könige abgefallen sind und gottlos geworden sind, haben sie gesagt, Jerusalem wird zerstört werden. Zuerst haben sie auch gesagt, auch das Nordreich wird zerstört werden, weggeführt werden und dann nachher auch Jerusalem. Aber die meistens haben nicht auf Gottes Propheten gehört. Sie sind den eigenen Weg gegangen. Und auch zu Josefs Zeiten und auch zu den Zeiten im Alten Testament gab es Menschen, die an Gott geglaubt haben, aber dieser gegenwärtigen Wahrheit, was Gott gesagt hat, für ihre Zeit nicht gefolgt sind. Zedekia zum Beispiel, er sollte sich ergeben, sagt der Prophet Jeremiah, weil wenn er sich ergeben würde, würde Gott die Stadt verschonen, den Tempel verschonen, aber er hat es nicht getan und die Bokanezer hat dann die Stadt und auch den Tempel zerstört. Ein weiteres Beispiel, Johannes der Täufer. Die gegenwärtige Wahrheit zu seiner Zeit war, der Messias kommt. Und die Menschen sind zu ihm gekommen und haben seine Predigt zugehört und er hat dann gesagt, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, als Vorbereitung auf den Messias da kommen wird. Die gegenwärtige Wahrheit war, der Messias kommt und er ist da. Jesus war ja schon unter ihnen. Und es gab manche, die haben die gegenwärtige Wahrheit, obwohl sie an Gott geglaubt haben, nicht angenommen. Und haben Jesus als Messias verworfen und sind am Ende verloren gegangen. Also auch hier ist es wichtig zu sehen, die gegenwärtige Wahrheit, die zu dem Zeitpunkt besonders im Mittelpunkt stand, die anzunehmen, die Gott gegeben hat. Weiteres Beispiel, die Apostel. Die haben dann verkündigt, dass Jesus Christus der heißende Messias war. Er ist gestorben, er ist auf die Welt gekommen, er ist gestorben und auferstanden und er ist tatsächlich der Messias und er ist für unsere Sünden gestorben. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir auch gerettet werden. Und das war die Botschaft der Apostel. Und viele Juden, die an Gott geglaubt haben, haben die Botschaft angenommen. Viele haben sie nicht angenommen. Deswegen auch hier gilt wieder, die gegenwärtige Wahrheit ist wichtig, sie anzunehmen. Und natürlich für die Endzeit gilt dann die Drei-Engels-Botschaft. Das ist die gegenwärtige Wahrheit, die Gott für die letzte Zeit, die Zeit, in der wir heute leben, gegeben hat. Und dass wir erkennen können, dass wir diese Botschaft den Menschen weiter sagen sollen. Und das bedeutet, dass Menschen, die an Gott glauben, aber diese Botschaft nicht annehmen, dass sie am Ende auch verloren gehen werden. Also wir müssen nicht nur generell an Gott glauben, sondern auch die Botschaft, die Gott uns gegeben hat für unsere heutige Zeit. Nämlich eine Botschaft, die Menschen auf Jesu Wiederkommen vorzubereiten, auch zu verkündigen und ihr zu glauben. Ja, der zweite Punkt, der Endzeitfokus der Offenbarung. In Offenbarung 1, Vers 7 haben wir schon gleich den Ausblick, worum die Offenbarung handelt und wohin es geht. Dort heißt es in Offenbarung 1, Vers 7, Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinen Willen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Natürlich ist der Fokus der Offenbarung Jesu Wiederkunft. Der Fokus der Evangelien ist vor allen Dingen Jesu erstes Kommen. Aber der Fokus von der Offenbarung ist Jesu zweites Kommen und vor allen Dingen die Vorbereitung auf Jesu zweites Kommen. Und vor allen Dingen auch, was geschieht vor Jesu Wiederkunft. Wir haben verschiedene siebener Reihen, die sieben Gemeinden, die sieben Segel, die sieben Posaunen, die sieben Plagen und alle enden mit der Wiederkunft Jesu. Der Höhepunkt der Weltgeschichte. Und von daher ist es wichtig zu erkennen, dass jeweils immer beschrieben wird, was so im Laufe der Kirchengeschichte passiert und dann, was kurz vor dem Ende geschieht. Und da haben wir übrigens immer mehr einen Fokus. Das Vergrößungsdorf wird immer mehr auf das Ende gelegt, dass wir da erkennen können, weil die Offenbarung uns zeigen, wie wir uns vorbereiten können und bei Jesu Wiederkunft dabei sein können. Ein Zitat seit 142 aus unserer Lektion. Unser Herr lädt alle, die nach dem ewigen Leben suchen, ein, zu ihm zu kommen. Danach lädt er diejenigen von uns ein, die die Erlösungsbotschaft angenommen haben und sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten, mit ihm gemeinsam andere einzuladen, die Botschaft seiner Liebe anzunehmen. Es gibt nichts Lohnenderes, als mit Jesus an seiner Mission in der Welt teilzunehmen. Es gibt nichts Erfüllenderes, als mit Christus und seinem Heilsplan der Endzeit zusammenzuarbeiten. Also das hat mich sehr fasziniert. Er sagt hier, mit Jesus zusammenzuarbeiten, die Welt vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft, das ist etwas, was uns motiviert, was uns Freude gibt, was uns erfüllt und vor allen Dingen, wo wir auch sehen, dass das auch Sinn fürs ewige Leben hat. Ja, die Endzeitbotschaft der Offenbarung. Im Mittelpunkt der Offenbarung haben wir Offenbarung Kapitel 14 und die Struktur ist folgendes, daran können wir sehen, dass in den ersten fünf Versen beschrieben wird, die 144.000, die im Himmel sind und dann auch schon Jesus folgen und auch schon bei Jesus sind. Dann haben wir in der Mitte die drei Engelsbotschaft, die verkündigt werden soll, alle Menschen auf der Welt, bevor Jesus kommt und ab Vers 14 bis 20 haben wir dann die Welternte. Das ist Jesu Wiederkunft. Das heißt also, dass diese drei Engelsbotschaft, die hier beschrieben ist, sozusagen der Höhepunkt, der Mittelpunkt von Kapitel 14 ist und auch eine Botschaft ist, die direkt vor der Wiederkunft hier beschrieben ist und auch verkündigt werden soll. Damit ist es eine Endzeitbotschaft, die wichtig ist für unsere heutige Zeit, für unsere heutigen Tage. Ja, jetzt ist die nächste Frage, wie kann diese Endzeitbotschaft, diese drei Engelsbotschaft, die Menschen unserer heutigen Zeit erreichen? Viele sagen, Prophetie ist nicht mehr so wichtig und das ist nicht mehr aktuell und da gibt es irgendwelche Drohungen und irgendwelche angstmachende Botschaften und so weiter. Und das brauchen wir nicht. Hauptsache, wir verkündigen die, dass Jesus für uns gestorben ist. Nein, aber hier steht ganz klar, dass die Offenbarung für die Menschen der letzten Zeit, für die heutigen Menschen, wichtig ist. Und zwar, ich gehe mal ein paar Inhalte dieser Offenbarungs- drei Engelsbotschaft durch und zeige auf, wie genau die verschiedenen Teile der drei Engelsbotschaft die Bedürfnisse der heutigen Menschen treffen. Die erste Engelsbotschaft beginnt damit, dass sie sagt, fürchtet Gott. Und fürchtet Gott heißt nicht, habe Angst vor Gott, sondern übergib Gott dein Leben. Das ist eine Antwort auf das Bedürfnis der Menschen nach Frieden und Sicherheit. Die Menschen sehnen sich danach, gerade je mehr die Zeiten, in denen wir leben, geprägt sind, ob das die Corona-Krise ist oder ob das die Umweltkrise ist oder was auch immer, oder auch kriegerische Auseinandersetzungen da sind, desto mehr sehnen sich die Menschen danach, dass sie in ihrem persönlichen Leben Frieden haben und Sicherheiten haben. Und auch ihr persönliches Leben ist oftmals so durcheinander. Sind sie arbeitslos geworden, dann ist eine Scheidung da, dann ist Krankheit da oder irgendwelche anderen Dinge. Die Menschen sehnen sich nach Frieden und nach Sicherheit. Und Gott sagt, wenn du dein Leben mir übergibst, wenn du Ja sagst zu mir, dann bekommst du diesen inneren Frieden und diese Sicherheit bei Gott. Deswegen, Gott gibt uns Frieden und Sicherheit unabhängig der äußeren Umstände. Das ist eine Antwort auf die Bedürfnisse der heutigen Menschen. Und das Zweite, es heißt, gebt ihm die Ehre, gebt Gott die Ehre. Und Gott die Ehre geben bedeutet, dass wir mit Gott leben, dass wir unser Leben mit Gott führen, dass wir durch unser Leben Gott die Ehre geben. Und das ist eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Menschen möchten gerne einen Sinn im Leben haben. Und wenn wir Gott gehorsam sind, mit ihm leben, dann sehen wir daran, dass wir in der Beziehung zu Gott Sinn im Leben finden. Ich glaube, Gott hat den Menschen geschaffen, damals Adam und Eva und auch sonst jeden Menschen, den er geschaffen hat auf dieser Welt, um mit ihm Beziehung zu haben. Und in der Beziehung zu Gott, im Anschauen Gottes, im Lob Gottes, in der Beziehung zu Gott, findet der Mensch Erfüllung und Sinn. Und deswegen sind so viele Menschen leer, weil sie ihren Sinn im Leben irgendwo anders suchen, an irgendwelchen Vergnügungen und irgendwelchen egoistischen Dingen. Aber wenn wir mit Gott leben, Gott die Ehre geben, das ist etwas, was unserem Leben Erfüllung, Sinn und Glück gibt. Das nächste, das Gericht ist gekommen. Und das Gericht ist normalerweise etwas, wo man sagt, dass es etwas Negatives ist, wo viele gar nicht mehr darüber reden wollen, aus dem christlichen Bereich. Aber das Gericht hat eine sehr positive Botschaft. Nämlich, die Botschaft sagt, dass Gott das Bedürfnis der Menschen nach Gerechtigkeit hier erfüllt. Wenn wir diese Welt anschauen, dann sehen wir, dass so viel Ungerechtigkeit herrscht. die Starken unterdrücken die Armen, die Reichen beuten die armen Länder aus, die Mächtigen machen Dinge, wo das Volk, dann manchmal sich nur fragt, warum sowas. Und es gibt so viel Ungerechtigkeit. Und man fragt sich manchmal, warum lässt Gott alles zu? Aber das Gericht ist genau die Antwort darauf. Gott lässt nicht einfach alles zu. Gott reagiert, indem er Gericht hält. Das Gericht Gottes bedeutet, dass er die Bösen bestraft und die Guten belohnt. Was auf dieser Erde nicht immer so ist. Aber Gott macht es. Deswegen, wenn wir manchmal vor Gericht sind und wir hoffen, dass Gerechtigkeit geschieht, dann merken wir, dass manchmal auch die irdischen Gerichte nicht Gerechtigkeit schaffen. Manchmal gewinnt, meistens oftmals gewinnt, derjenige vor Gericht, der einen besseren Anwalt hat und nicht der, der wirklich im Recht ist. Und von daher ist auch hier das Bedürfnis nach Gerechtigkeit da. Gott schafft absolute Gerechtigkeit. Und das macht er durch Gericht. Deswegen ist das Gericht eine gute Botschaft, dass Gott gerecht ist und auch Gerechtigkeit schafft. Im Gericht und durchs Gericht. Und auch, dass er durchs Gericht auch das Heil schafft, Gnade schafft. Das Gott im Gericht, die Menschen, die an ihn geglaubt haben, ihnen seine Gnade zukommen lässt, sie errettet, sie erlöst. Denn wir werden durch die Gnade, die durchs Gericht sichtbar wird, errettet. Dann haben wir in der ersten Engelsbotschaft den Hinweis, dass wir den Schöpfer anbeten sollen. Und den Schöpfer anbeten bedeutet, dass wir Gott als den, der die Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen geschaffen hat, anbeten, verehren. Der Mensch hat ein inneres Bedürfnis und das ist in jedem Menschen drin, etwas, was über ihm steht, etwas Größeres anzubeten, es zu verehren, ihm zu folgen. Und man sieht, dass die Menschen, die nicht mehr in Gott glauben, dass die oftmals dann irgendwelche anderen Dinge anbeten. Ob das jetzt irgendein Fußballstar ist oder irgendein Formel-1-Fahrer oder irgendwelche Schauspieler oder irgendwelche andere Großen oder Politiker, dass irgendwelche Leute verehrt werden. Der Mensch neigt dazu, irgendetwas zu verehren oder auch manchmal sogar Dinge zu verehren vielleicht. Das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Das ist ein inneres Bedürfnis. Und interessant ist, dass meistens auch der Mensch dem, was er verehrt, gleich wird, ähnlich wird. Er verändert sich in die Richtung, was er verehrt. Und wenn wir Gott als Schöpfer anbeten, dann können wir ihn verehren und dann werden wir diesem Gott, diesem allmächtigen, liebevollen und gerechten Gott immer ähnlicher. Und das ist etwas, was uns auch gut tut, dass wir positiv verändert werden durch die Verehrung Gottes. Das ist ein Bedürfnis der Menschen. Gott kommt ihm entgegen, indem er sagt, wenn er mich anbetet, dann habt ihr daran Glück, Frieden und auch Erfüllung eures Lebens. Dann haben wir in diesem Bereich auch den Sabbat. Denn wenn wir Gott als Schöpfer anbeten, dann heißt es auch, dass der Sabbat der Gedenktag an die Schöpfung ist und dass wir damit den Sabbat auch im Fokus haben. Und das ist auch, mit dem Sabbat kommt Gott dem Bedürfnis der Menschen nach Ruhe und Entspannung nach. Denn in der heutigen Zeit, in den letzten 40, 50, 60 Jahren, nimmt der Druck immer mehr zu. Und zwar der Druck, der Arbeitsdruck, weil immer mehr Menschen entlassen werden. Natürlich hat man Computer, man hat Maschinen, die Arbeit übernehmen, aber es passiert immer mehr, dass Menschen, wenn sie entlassen werden, dass sie dann andere ihre Arbeit mitmachen müssen. Oftmals habe ich erlebt, dass jemand sagt, ja, sind wieder 20 Kollegen entlassen worden. Und habe ich gefragt, ja, wer macht jetzt deren Arbeit? Und dann habe ich gesagt, ja, die müssen wir jetzt mitmachen. Dann habe ich gesagt, ihr habt ja vorher Freilauf gehabt, dass ihr auf einmal mehr Zeit habt. Da haben sie gesagt, das müssen wir noch zusätzlich schaffen. Das heißt also, in anderen Worten, die Menschen werden immer mehr ausgedrückt, ausgequetscht in ihrer Arbeitszeit, aber auch in der Freizeit und auch in der Familie. Und da gibt es immer mehr Spannungen und Probleme und man sehnt sich nach Ruhe. Und auch in den Nachrichten. Da kommen immer so viele negative Nachrichten und negative Botschaften, dass der Mensch irgendwann überfordert ist damit. Und immer mehr Menschen kommen ins Burnout und in Schwierigkeiten. Und Gott sagt, hier, ein Tag in der Woche habt ihr Urlaub. Ein Tag in der Woche Ruhe. Und das ist ein Bedürfnis der Menschen, wo Gott sagt, ich komme euch entgegen, ich zeige euch, warum das wichtig ist. Dann die zweite Engelsbotschaft. Da heißt es, Babylon ist gefallen. Gott entlarvt das Böse. Und das ist, denke ich, ein Bedürfnis, was in den letzten fünf Jahren, denke ich, immer wichtiger wird. Wir haben das Schlagwort von den Fake News. Und es gibt so viel in den letzten Monaten und Jahren gibt es so viel Fake News, sowohl in den öffentlichen Medien als auch in den alternativen Medien, im Internet oder sonst wo, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was stimmt denn jetzt eigentlich. Die einen sagen, Corona-Virus ist höchst gefährlich. Die anderen sagen, Corona-Virus ist harmlos. Die dritten sagen, Corona-Virus gibt es gar nicht. Die vierten sagen, Corona-Virus ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber nicht ganz so, wie es eigentlich scheint. Und jeder Experte sagt was anderes. Woher wissen wir, was Wahrheit ist? Wo wirklich das Gute ist und wo das Böse ist? Und jeder sagt, ich bin das Gute und jeder hat irgendwelche Argumente und Wissenschaftler dafür, die das beweisen sollen, aber woher wissen wir, was wirklich richtig, was falsch ist? Und Gott sagt, hier, das ist gut und das ist böse. Gott offenbart das Böse. Und es ist ein Bedürfnis der Menschen, zu wissen, was richtig ist. Denn die Menschen wollen normalerweise auch dem Guten, dem Richtigen folgen. Aber weil sie das oftmals nicht wissen, manchmal glauben sie, es ist etwas Gutes, was im Endeffekt gar nicht gut ist. Weil Satan ihnen vorgaukelt etwas Gutes, dem sie dann folgen und am Ende entpuppt sich das als gefährlich. Deswegen, Gott zeigt, hier ist das Richtige und hier ist etwas, was eine Imitation ist, was nur einen Schein darstellt, aber nicht zum Ziel führt. Die dritte Engelsbotschaft ist eine Warnung vor dem Mahlzeichen. Auch hier haben wir das Gleiche wieder, das Richtige zu erkennen, ist ein Bedürfnis der Menschen. Und Gott sagt, nicht nur was richtig, was falsch, sondern er sagt jetzt auch in dieser Botschaft, in der dritten Engelsbotschaft, welche Folgen mein Handeln hat. Wenn ich wüsste, bei allen Entscheidungen, die ich treffe in meinem Leben, wenn ich vorher schon wüsste, was am Ende dabei rauskommt, wenn ich das so entscheide, oder wenn ich das so entscheide, wie geht es dann weiter? Wenn ich alles schon wüsste, dann wäre es leicht, sich zu entscheiden. Aber weil wir meistens die Zukunft nicht kennen, treffen wir oftmals falsche Entscheidungen. Und deswegen sagt Gott jetzt schon dem Menschen, was passiert, wenn ich mich so entscheide, wenn ich mit ihm lebe, Gottes Siegel annehme, dann werde ich am Ende gerettet. Was passiert, wenn ich das Mahlzeichen des Zieres annehme und dem Bild des Zieres folge, dann werde ich verloren gehen. Und ich habe es was leichter in dieser Welt, weil ich mit der Mehrheit der Menschen mitgehe und die Gläubigen, die nicht mitmachen mit dem Mahlzeichen, die werden am Ende nicht kaufen, verkaufen können und auch verfolgt werden. Also von daher sagt Gott auch, die werden es schwieriger haben in der Endzeit, aber die werden das ewige Leben bekommen. Und das ist es wert, denn das ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen, hier zeigt Gott schon auf, wie der Situation, wie der Kampf, wie die Krise, in die wir hineinkommen, wie die ausgehen wird. Ich habe schon öfter mal gedacht, man müsste eigentlich unseren Politikern, Angela Merkel oder auch den anderen, müsste man mal so eine Serie über die Offenbarung, so eine Videoserie, die jemandem mal schicken und jemals, damit sie weiß, was Gott vorausgesagt hat, was kommen wird. Denn wenn sie schon weiß, was kommen wird, kann ich auch jetzt viel bessere Entscheidungen treffen für das Land, dass es dem Land am Ende gut gehen wird. Deswegen, wenn Gott vor dem Mahlzeichen des Tieres warnt, dann möchte er uns zeigen, was ist richtig, was ist falsch und auch, wie kann ich gute Entscheidungen treffen für mein Leben. Ja, so ist also die Dreingelsbotschaft eine Botschaft, die die Bedürfnisse der heutigen Menschheit im 21. Jahrhundert ihnen entgegenkommt. Dieses Bedürfnis nach Wahrheit, das Bedürfnis nach Erkenntnis, nach Frieden, nach Sicherheit, nach Sinn im Leben, nach Gerechtigkeit, nach einem Gott in ihrem Herzen, nach einer Verehrung, das Bedürfnis nach Ruhe und von daher denke ich, es ist gut, diese Botschaft weiterzugeben. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir diese Dreingelsbotschaft mal in diesem Sinne ausführlicher behandeln würden, wie hier diese Dreingelsbotschaft das Leben von Menschen heute so beeinflussen kann und verbessern kann, dass die Menschen tatsächlich eine Erfüllung in ihrem Leben dadurch finden. Evangelisation Seite 106 Dort schreibt Alan White Die siebentagsadventisten sind der Welt in einem besonderen Sinn als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Wort Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Gott sagt uns ganz klar, welche Botschaft wir in der heutigen Zeit, und wir glauben, dass wir in der Endzeit leben, welche Botschaft wir den Menschen weitersagen sollen. Natürlich sollen wir den Menschen auch davon erzählen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass Gott diese Gebote gegeben hat. Die ganze Bibel sollen wir den Menschen erklären und sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass es viele Adventisten gibt, die meinen, dass diese drei Engelsbotschaft eigentlich, ja, sie schämen sich dafür, dass wir überhaupt diese Botschaft haben und dass wir sie verkündigen wollen, sondern sie versuchen, das irgendwie zu entschärfen oder irgendwie zu umschiffen hier. Aber, meine Lieben, wenn wir etwas anderes verkündigen oder wenn wir diese Botschaft nicht verkündigen, kommen wir dem Auftrag, den Gott uns zu geben hat, nicht nach. Und von daher ist das der wichtigste Auftrag, die wichtigste Botschaft. Alle anderen Botschaften sind dieser Botschaft untergeordneter. Es ist die Botschaft, die Gott uns zu geben hat für diese letzten Tage. Es ist genauso, wie wenn ich Manager bei VW wäre und ich würde jetzt, der Chef sagt, gut, wir müssen jetzt hier auf dem Band jetzt 100 Golf produzieren und ich sage jetzt einfach, okay, ich denke, Passat ist ein schönes Auto, wir produzieren einfach Passats hier. Also wenn ich jetzt etwas, was durchaus auch sonst gut ist, aber das verändere, was der Chef sagt und möchte, dann wird er mich feuern, weil er sagt, tut mir leid, Passats sind auch schöne Autos, aber hier brauchen wir jetzt den Golf, weil der gebraucht wird, der ist bestellt worden und der ist jetzt für die Menschen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn Gott sagt, ich gebe euch diese Aufgabe und wir sagen, naja, ist zwar schön und gut, aber ich mache lieber etwas anderes, die anderen Botschaften sind mir lieber und deswegen verkünde ich lieber die anderen Botschaften, wenn Gott sagt, tut mir leid, du bist auf dem falschen Platz. Deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich die ganze Bibel verkündigen, aber in erster Linie schwerpunktmäßig diese drei Freiengelsbotschaften und vor allen Dingen, wenn wir diese Botschaft nicht verkündigen, wer wird sie dann verkündigen? Gott hat Adventisten, die sieben Teils Adventisten dazu beauftragt, diese Botschaft der Welt weiterzugeben. Deswegen, in der gegenwärtigen Endzeit ist die gegenwärtige Wahrheit, ich nehme die drei Engelsbotschaften an und wenn wir diese Botschaften nicht annehmen, dann kann es sein, dass wir am Ende verloren gehen werden, weil wir die Botschaft, die Gott uns jetzt gegeben hat, nicht beachten, nicht annehmen und nicht weitergeben. Deswegen, diese Botschaft anzunehmen und auch weiterzugeben. Auch in der Endzeit gibt es viele Menschen, die an Gott glauben, die bei seiner gegenwärtige Wahrheit nicht annehmen und am Ende verloren gehen werden. Und es gibt Gläubige, die die gegenwärtige Wahrheit annehmen, ihr Vertrauen und sie weitergeben. Und sie werden am Ende, sagt die Offenbarung, gerettet. Gut, jetzt lesen wir nochmal diese erste Engelsbotschaft. Ich habe sie eben schon mal ganz kurz erklärt, vor allen Dingen, wie sich die Bedürfnisse der heutigen Menschen erreicht. Jetzt wollen wir mal so im Schnelldurchlauf diese drei Engelsbotschaften, was so der Inhalt ist, mal durchgehen und schauen, warum geht es eigentlich, was ist der Inhalt dieser drei Engel. Offenbarung 14, 6 und 7 Das ist die erste Engelsbotschaft. Diese Botschaft diese Botschaft ist eine himmlische Botschaft. Denn der Engel fliegt mitten durch den Himmel. Zweitens ist es eine biblische Botschaft. Gott hat sie in seinem Wort in der Bibel gesagt und sie hängt zusammen mit der anderen biblischen Botschaften. Denn es geht hier um das ewige Evangelium und das Evangelium ist beschrieben in den Evangelien, in den Briefen von Paulus in der ganzen Bibel. Nämlich die Erlösung der Jesus Christus. Drittens, sie ist eine globale Botschaft. Sie gilt für alle Menschen, alle Nationen, Stämme, Sprachen und Völkern. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der diese Botschaft nicht hören soll. Und wenn jeder Mensch diese Botschaft gehört haben wird, dann wird Jesus wiederkommen. Und das glauben wir und darauf hoffen wir, dass Jesus bald kommt. Und wir können dazu beitragen, dass Jesus bald kommen kann, wenn wir diese Botschaft allen Menschen weitersagen. Natürlich auch auf eine Art und Weise, dass die Menschen auch es ihnen leicht gemacht wird, das anzunehmen, dass wir sie mit Liebe und mit innerer Begeisterung weitersagen. Aber es ist eine Botschaft für alle Menschen. Auch für meine Nachbarn und für die Menschen in meinem Dorf und meiner Stadt. Und viertens, es ist eine wichtige Botschaft. Nämlich eine Botschaft, die in dieser letzten Zeit überall verkündigt werden soll. Deswegen steht hier auch, er flog mitten durch den Himmel. Und dann sprach er mit großer Stimme. Mit großer Stimme bedeutet, es sollten alle hören. Natürlich ist es ein Symbol, das wird nicht ein Engel sein, der im Himmel fliegt, sondern es ist ein Hinweis dafür, dass wir als Gottes Volk diese Botschaft weitersagen sollen. Aber wenn ich sie weitersagen soll, muss ich sie auch erst mal verstanden haben. Deswegen müssen wir sie erst mal studieren. Und eigentlich ist in dieser Drei-Engels-Botschaft die gesamte Botschaft der gesamten Offenbarung mit drin. Das werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Gut, der erste Engel. Was sagt er jetzt? Jetzt geht es um den Inhalt dessen, was der Engel jetzt sagt. Der Engel sagt, fürchtet Gott. Und natürlich ist dieses fürchtet Gott nicht gemeint, dass wir Angst haben sollen vor Gott, sondern hier ist die Ehrfurcht gemeint. Und Ehrfurcht vor Gott zu haben, heißt, Gott ernst zu nehmen. Manchmal sagt man auch, hier hat jemand Menschenfurcht. Menschenfurcht und Gottesfurcht. Menschenfurcht heißt, dass ich meine Entscheidungen und mein Leben und mein Verhalten von der Meinung anderer Menschen abhängig mache. Ich gucke immer darauf, dass ich überlege, was denken die anderen von mir und so entscheide ich dann und handele ich dann. Und jemand, wenn jemand Gottesfurcht hat, dann bedeutet das, dass er sich von Gott abhängig macht. Dass er dann nachfragt, was ist Gottes Wille für mein Leben. Und deswegen fürchtet Gott, heißt eigentlich, dass ich Gott mein Leben übergebe. Dass ich das Angebot der Erlösung annehme. Dass Jesus in meinem Leben den ersten Platz bekommt. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Das heißt, Furcht des Herrn, Gott zu fürchten, heißt, das Böse zu hassen. Das Böse zu hassen bedeutet, wenn ich mein Leben Gott übergebe, dann werde ich automatisch Gott lieben, weil er für mich gestorben ist, weil er mich erlöst hat, und ich werde das Böse, die Sünde, hassen. Der natürliche Mensch, der unbekehrte Mensch, er liebt die Sünde und sündigt deswegen auch. Und der bekehrte Mensch, der sein Leben Gott übergeben hat, er wird die Sünde hassen. Er wird es ab und zu trotzdem mal sündigen, weil noch der alte Mensch oftmals so versucht, noch die Oberhand zu gewinnen, aber er kann um Vergebung bitten, Gott vergibt ihn, und der neue Mensch wird mehr und mehr in seinem Leben Gestalt gewinnen, Raum gewinnen, und wer wird verändert werden in das Bild Jesu. Also Gott zu fürchten heißt, ich übergebe Jesus mein Leben. Das ist die Rechtfertigung. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, wenn ich mit Jesus lebe, dann bin ich Gottes Kind, dann bin ich gerechtfertigt, dann gehöre ich ihm. Das Zweite, was hier gesagt wird, und gebt ihm die Ehre. Gott die Ehre geben, was bedeutet das? Das finden wir im 1. Korinther 10, Vers 31 beschrieben. Da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das bedeutet, alles, was ich tue, mein Verhalten, Essen, Trinken, meine Arbeit, meine Freizeitbeschäftigung, alles, wie ich meine Zeit verbringe, soll ich alles zu Gottes Ehre tun. Und zu Gottes Ehre tun bedeutet, dass ich nicht mir zu Ehren lebe, sondern dass ich Gott zu Ehren lebe, dass in meinem Leben Jesus einen ersten Platz hat und dass ich ihn frage, was gut ist, wie ich leben soll. Und das heißt, das geht um meine Lebensgestaltung. Das heißt, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus habe, durch mein persönliches Andachtsleben, dass ich mir Zeit nehme, an jedem Morgen eine Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, mit Jesus zu reden, zu beten, Jesus ähnlicher zu werden, mit ihm zusammenzuleben. Meine Lieben, wenn wir viele Erkenntnisse haben aus der Bibel, aber diese Erkenntnisse nicht ausleben, wenn wir nicht zu diesem Gott, der in der Offenbarung sich hier offenbart, eine persönliche Beziehung aufbauen, dann nützt uns das alles nichts. Die persönliche Beziehung zu Jesus, die wird hier angesprochen in der ersten Engelsbotschaft, im zweiten Abschnitt, im zweiten Wortteil, das hier gesagt wird, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Ich kann Gott die Ehre geben durch das Halten der zehn Gebote, indem ich Gott gehorsam bin. Und zwar alle zehn Gebote. Aus eigener Kraft kann kein Mensch die zehn Gebote halten. Aber wenn ich mit Jesus zusammenlebe, wenn ich mit ihm in der persönlichen Andacht verbunden bin und auch tagsüber in Gedanken mit Gott verbunden bin durch das stille Gebet, dann kann ich auch die zehn Gebote halten. Alle zehn Gebote. Das geht, natürlich. Durch meine finanzielle Treue. Das heißt, dass ich Gott auch den Zehnten gebe. Denn Gott hat gesagt, dass wir von unserem Besitz ein Zehntel ihm geben sollen. Eigentlich ist das nicht unser Besitz. Eigentlich gehört alles Gott. Aber Gott hat gesagt, neun Zehntel darfst du für deine Bedürfnisse verwenden, natürlich aber auch da, dass wir auch verantwortlich damit umgehen. Aber ein Zehntel sagt Gott, das sollt ihr mir direkt zurückgeben. Die möchte Gott für sein Werk einsetzen. Und, dass ich Gott finanziell treu bin, gebe ich ihm die Ehre, dass ich damit anerkenne, dass Gott der Besitzer meines Geldes und meines Besitzes ist. Für meinen gesunden Lebensstil. Das heißt, dass ich auch bereit bin, in allen Punkten, ob das die Ernährung ist oder auch andere Dinge, die der Gesundheit dienen, Bewegung, frische Luft, Mäßigkeit in der Arbeit, Mäßigkeit im Essen, genügend Ruhe und all die Dinge, dass ich durch meinen gesunden Lebensstil Gott die Ehre gebe. Denn Paulus sagt ja sogar, durch Essen und Trinken, das heißt also auch, die Ernährung spielt eine Rolle und ich kann dadurch auch Gott die Ehre geben, wie ich mein Leben führe. Und das ist die Heiligung. Das heißt, die Heiligung heißt, dass ich mich jetzt für Jesus entschieden habe, dass ich gerechtfertigt bin und jetzt aber mit Jesus lebe, dass ich jeden Tag mit ihm verbringe und dass ich Jesus ähnlich erledige, dass mein Charakter verändert wird. Heiligung heißt Charakterveränderung. Nicht nur, dass meine Taten hier und da besser werden, sondern dass ich, dass mein Charakter in sich, vom Innersten her, Jesus ähnlich wird, verändert wird, dass ich mehr Liebe im Herzen habe und damit auch meine Taten, meine Gedanken, meine Taten sich verändern. Ja, das ist also der zweite Bereich. Das erste ist, fürchte Gott, das ist die Rechtfertigung, gibt ihm die Ehre, das ist die Heiligung. Und jetzt kommt die Begründung, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist, warum wir in der letzten Zeit besonders mit Gott leben sollen, ihm die Ehre geben sollen und ihn fürchten. Weil sein Gericht gekommen ist. In 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Es geht also hier um das Gericht Gottes, was am Hause Gottes anfängt, nämlich an den Gläubigen, an der Gemeinde. Und dieses Gericht hat bereits begonnen, nämlich vor über 170 Jahren. Und zwar haben wir hier in Daniel 8, Vers 14 diese Weissagung von dem Propheten Daniel. Nämlich, dass nach 2300 Abenden, Morgenden, das Heiligtum wieder gereinigt oder geweiht wird. Und diese 2300 Jahre sind 2300 Jahre und die beginnen damals im Jahre 457 vor Christus, als der Befehl erging, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Und davon sind die 94 Jahre abgeschnitten. Das ist die Gnadenseite für die Juden gewesen. Auf die Zeit des Messias hin, wo Jesus dann gewirkt hat und er gestorben ist und 3400er Christus dann die Gnadenseite für die Juden abgelaufen war. Und dann aber die 2300 Jahre weitergerechnet enden im Jahr 1844. Dann wird das himmlische Heiligtum nämlich wieder gereinigt werden und das bedeutet, dass die Reinigung des himmlischen Heiligtums hängt zusammen damit oder die Typologie dafür haben wir im alttestamentlichen Heiligtumsdienst, wo nämlich das einmal im Jahr das Heiligtum gereinigt worden ist von den Sünden des Volkes Israel, die das ganze Jahr hindurch dort angehäuft wurden. Und das war ein Gerichtstag der Yom Kippur, wo dann entschieden worden ist, wer kann im Volk bleiben und wer nicht. Und so wird auch im himmlischen Heiligtum, wo Jesus seinen Dienst tut, ab 1844 das himmlische Heiligtum gereinigt. Und das geschieht durch ein Gericht, nämlich, dass dort alle Gläubigen untersucht werden, die Sünden, die sie getan haben und Jesus ihnen dann im Gericht sie untersucht und wenn sie Vergebung bekommen haben, wenn sie ihr Leben Gott übergeben haben, dann tritt Jesus vor und sagt, ich bin für diesen Menschen gestorben, er ist freigesprochen und durch Jesus können wir den Freispruch im Gericht erreichen und erleben. Und von daher dürfen wir wissen, dass seit über 170 Jahren dieses Gericht im Himmel stattfindet und wir dann natürlich auch wissen können, dass Gott uns auch freispricht und dass Gott Gerechtigkeit schafft. Denn die Folge dieses Gerichtes ist dann, dass Gott hier am Ende, Jesus wiederkommt um dann hier am Ende Gerechtigkeit zu schaffen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Das heißt, das hängt auch damit zusammen, dass Gott Gericht hält, nämlich, weil er der Schöpfer der Welt ist, weil er alles gemacht hat und weil er der Herr über alles ist, der Allmächtige, kann er auch Gericht halten. Ist er auch berechtigt dazu, Gericht zu halten? Er ist der Einzige. Warum? Weil er als Einziger wirklich weiß, was in jedem Menschen vor sich geht und weil er wirklich alles durch und durch kennt und jeden Menschen kennt und er der Einzige ist, der auch tatsächlich gerecht richten kann. Und weil er der Schöpfer ist, werden wir aufgefordert, ihn als Schöpfer anzubeten. Im zweiten Mose 20, dort haben wir den Sabbat als den Ruhetag, der auf die Schöpfung hinweist, beschrieben. Im vierten Gebot. Da heißt es, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht deinen Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat-Tag und heiligte ihn. Also hier haben wir die gleiche Begründung. Warum wir den Sabbat halten sollen? Weil Gott in sechs Tagen Himmel, Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Genau wie es auch hier in der ersten Engelsbotschaft heißt. Das heißt also, dass der Sabbat der Gedenktag an die Schöpfung ist. Und so ruft Gott alle Menschen auf, ihn als Schöpfer zu verehren, gerade in der heutigen Zeit, wo die Evolution immer mehr um sich greift, selbst in den christlichen Kirchen. Und zweitens, dass wir den Sabbat halten als Zeichen, dass wir zu ihm gehören. Der Sabbat war immer schon ein Zeichen für Gottes Volk, dass sie eine besondere Beziehung zu Gott haben und dass sie auch mit Gott in Beziehung leben. Das heißt, Gott ist der Schöpfer, deshalb bete ich ihn an als Schöpfer. Gott ist mein Schöpfer, deshalb halte ich den Sabbat, weil ich besonders am Sabbat Gott als Schöpfer begegnen kann und mit ihm eine Beziehung pflegen kann. Und Gott ist aller Schöpfer, von allen Menschen, deshalb gehört alles ihm. Er ist der Herr, er besitzt, eigentlich der Besitzer dieser Erde und wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Der zweite Engel, auf dem Morgen Kapitel 14, Vers 8 und wir nehmen dazu auch noch den lauten Ruf in Offenbarung 18, 1 bis 5, aber wir lesen nur die Verse 4 und 5, wo auch von Babylon die Rede ist. Wir lesen die entsprechenden Verse. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorn, es war in ihrer Hoherei, getränkt alle Völker. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht Teile habt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Hier haben wir die Beschreibung der zweiten Engelsbotschaft. Und worum geht es hier? In der ersten Botschaft zeigt Gott uns, was wir tun sollen, nämlich die positiven Dinge, was Gott getan hat und wie wir Gottes Erlösungswerk für uns annehmen können und wie wir dann auch am Ende gerettet werden können. In der zweiten Botschaft warnt Gott uns vor dem falschen religiösen System, denn es gibt eine Fälschung. Satan ist nicht derjenige, der die Menschen versucht, Gott loszumachen, natürlich das auch, aber Satan versucht vor allen Dingen, die Menschen durch ein falsches religiöses System so zu führen, dass sie jetzt auch glauben, sie würden dem Richtigen folgen, aber doch ihm aufs Leim gehen. Deshalb, Babylon wird am Ende immer mehr für sich beanspruchen, alles was Gott beansprucht, nämlich er gibt das Leben und er bestimmt, wer kaufen und verkaufen kann und Gott gibt Gesundheit. All das maßt sich am Ende Babylon an, dass sie sagen, wir bestimmen, wir sind die Herren dieser Welt und wir bestimmen, wer kaufen und verkaufen kann, wir bestimmen, wer leben darf, wer nicht leben darf, wir bestimmen, wer gesund ist und wer nicht gesund ist. Und von daher warnt Gott uns vor diesem falschen religiösen System, vor Babylon. Warum ist es wichtig zu wissen, wer oder was Babylon ist? Es ist ganz wichtig. Erstens, es gibt jetzt noch Kinder Gottes in Babylon, denn der Ruf gilt ganz klar, geht heraus aus ihr, mein Volk. Das heißt, es gibt noch Kinder Gottes, die zu Gott gehören, die sein Volk sind und noch in Babylon sind. Zweitens, Gott möchte, dass sein Volk aus Babylon herausgeht. Er sagt, geht heraus aus ihr, mein Volk. Und drittens, wer in Babylon bleibt, geht verloren. Deswegen, es geht hier um Leben und Tod, es geht um ewiges Leben und ewigen Tod. Von daher ist es eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und wenn heute manchmal nur gesagt wird, naja, Babylon ist alles böse, dann ist das, wenn es wirklich nur so wäre, warum sollte Gott es extra gesagt haben? Das finden wir in allen anderen biblischen Texten auch, dass wir das Böse meiden sollen und dem Guten folgen sollen. Nein, Babylon ist nicht nur alles Böse, sondern Babylon ist von Gott beschrieben. Es ist die Hure Babylon, die Stadt Babylon. Offenbarung 16, Vers 19, und aus der großen Stadt Babylon wurden drei Teile. Hier haben wir die siebte Plage, wo Babylon gerichtet wird. Und die Städte der Heiden stürzten ein, und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werdet, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und Offenbarung 16, Vers 13 und 14, hier haben wir beschrieben, dass Babylon aus drei Teilen besteht, und hier haben wir die drei Teile, aus denen es besteht, genauer beschrieben, Offenbarung 16, 13 und 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus, zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln, zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Das heißt, wir haben hier drei unreine Geister, die zusammen Babylon bilden, nämlich der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und die drei bilden, die arbeiten zusammen und bilden zusammen das endzeitliche Babylon. Der Drache ist ein Symbol für Satan, für den Spiritismus, das Tier ist ein Symbol für den Katholizismus, in Offenbarung 13 haben wir dieses Tier von Verse 1 bis 10 beschrieben, das Papsttum und der falsche Prophet ist ein Symbol für den gefallenen Protestantismus. Das ist das Tier aus der Erde, was in Offenbarung 13 ab Vers 11 beschrieben ist. Und diese drei bilden zusammen das endzeitliche Babylon. Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus. Und Spiritismus, denke ich, das sind vor allen Dingen auch die spiritistischen Weltreligionen, Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Und am Ende wird es ein Weltsystem geben, so eine Art neue Weltethos, eine Weltreligion. Jeder kann bleiben, was er ist, aber er muss dieses Weltethos annehmen und das bestimmt dann, was richtig, was falsch ist, was gut und was böse ist. Und das wird am Ende Babylon sein und die Macht über diese Erde haben werden, gemeinsam mit dem Tier, auf dem Babylon dann sitzt. Wer ist denn diese Hure Babylon? Das werden wir jetzt nicht zusammen besprechen, denn wer das wissen möchte, auf der Homepage von der Wendgemeinde leonberg.de haben wir Videos über diese Inhalte, vor allen Dingen Gott ist Letzte Warnungsbotschaft, das ist eine Serie für drei Videos über drei Themen, über die drei Engelsbotschaft. Und da haben wir auch über die Hure Babylon genauer erklärt. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. die dritte Botschaft, der dritte Engel, auf dem Morgen 14, Vers 7 bis 12. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die der Heiligen und den Glauben an Jesus. Auch hier haben wir wieder eine unglaubliche Fülle an Informationen über die letzten Tage, über die letzte Zeit. Die erste Engelsbotschaft hat uns gesagt, was sollen wir tun? Die zweite Engelsbotschaft hat uns gesagt, dass Gott uns warnt vor dem falschen religiösen System. Und diese dritte Engelsbotschaft zeigt Gott uns die Konsequenzen unserer Entscheidung. Das heißt, was passiert, wenn ich mich so entscheide oder wenn ich mich so entscheide? Das macht er, damit es uns leichter fällt, uns für die richtige Seite zu entscheiden, nämlich für die Gottes Seite, für seine Seite. Warum ist diese Botschaft so wichtig? Jeder, der das Bild des Tieres oder das Tier selbst anbetet, ist verloren. Zweitens, jeder, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, ist verloren, für die Ewigkeit verloren. Drittens, die Mehrheit der Menschen wird das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Viertens, die Staatsgewalt wird versuchen, die Menschen zu zwingen, das Bild des Tieres anzubeten und das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Und von daher ist es wichtig zu wissen, was ist das Bild des Tieres, was ist das Mahlzeichen des Tieres. Ich habe gehört, dass einige sagen, ja, Corona-Virus oder die Maske oder die Beschränkungen, die wir jetzt haben für unsere Gottesdienste, das ist schon der erste Teil vom Mahlzeichen des Tieres. Nein, ich denke, das ist es nicht. Die Offenbarung sagt ziemlich deutlich, was das ist, weil das Symbolsprache ist und die Symbole kann man aber deuten und auslegen und das können wir jetzt nicht alles machen, weil das zu weit führen würde. Wir müssten nämlich jetzt folgende Dinge studieren. Erstens das Tier, das Tier aus dem Meer. Wer ist das Tier aus dem Meer? Offenbarung 13, 1-10. Zweitens das Bild des Tieres. Das ist das Bild des Tieres. Das wird Offenbarung Kapitel 13, Abvers 14-17 beschrieben. Drittens das Mahlzeichen des Tieres, auch Offenbarung 13, Vers 16-17. Denn Gottes Gericht, die Plagen sind das und denn Gottes Volk, die Kennzeichen von Gottes Volk, dem gegenüber. Das würde den Rahmen natürlich vollkommen sprengen von unserer heutigen Zeit, die wir hier haben. Aber auch hier könnt ihr, wenn ihr möchtet, mehr Informationen bekommen unter adventgemeinde-leonberg.de gerade bei dieser Serie Gottes letzte Warnungsbotschaft, wo die dritte Engelsbotschaft genau erklärt wird. Natürlich, das Mahlzeichen des Tieres, denke ich, das ist am Ende, wo hier Gottes Volk auf der einen Seite steht, die Gottes Gebote halten, auch den Sabbat. Und auf der anderen Seite haben wir das falsche religiöse System des Papstums, wo der Tag des Papstes, der Sonntag vor allem im Mittelpunkt steht und der allen Menschen aufgezwungen wird und sie eben gegen Gottes Gebote gezwungen werden, zu verstoßen. Und von daher werden am Ende alle Menschen sich entscheiden müssen, Gott zu folgen und seinem Sabbat oder dem Antichristen und dem falschen Sabbat, nämlich dem Sonntag. Das beste Buch, was es gibt über diese Dreieinigungsbotschaft, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und es genauer studieren wollt, empfehle ich euch das Buch vom Schatten zum Licht. Da steht genau drin, was damit zu tun hat. Da haben wir viele, viele Seiten, wo die Beschreibung ist von diesen Dingen. Oder auch, wir haben eine DVD darüber gemacht, eine Vortragsserie, die wir auf DVD aufgenommen haben. Da haben wir sämtliche Kapitel, jeweils so eine halbe Stunde, das erklärt, uns die Inhalte wiedergegeben, vom Schatten zum Licht, die DVD-Serie, kann man auch auf der Homepage von der Wendt-Gemeinde Leonberg anschauen oder auch natürlich die DVD auch erwerben. Ja, Ellen White schreibt, das vor uns liegende Werk wird jede menschliche Kraft brauchen. Es wird starken Glauben und ständige Wachsamkeit fordern. Die Erfahrungen, denen wir zu begegnen haben, werden manchmal sehr entmutigend sein. Die gewaltige Größe der Aufgabe wird uns erschrecken. Dennoch werden wir mit Gottes Hilfe den Sieg erringen. Jesus wird mit uns sein. Er wird durch den Heiligen Geist vor uns hergehen und uns den Weg bereiten. Er wird in jeder Notlage unser Helfer sein. Meine Lieben, wir haben ein Werk zu tun. Gott möchte diese Welt warnen. Er möchte uns benutzen. Gott wird uns verheißen, dass wir, wenn wir mit ihm gehen, dass wir dann am Ende den Sieg haben werden. Es wird manchmal schwierig sein. Es wird manchmal entmutigend sein, schreibt sie hier. Aber wenn wir mit ihm gehen, wird Gott mit seinem Heiligen Geist alle Hindernisse überwinden. Und am Ende wird Gottes Wahrheit und Gottes Gemeinde siegreich sein. Deswegen, Jesus ruft uns auf, seine drei Engelsbotschaft allen Menschen auf der Erde weiterzusagen. Dass wir sie studieren, dass wir sie kennenlernen, dass wir ihr vertrauen, dass wir Jesus vertrauen, der derjenige ist, der uns diese Botschaft gegeben hat. Und dass wir das den Menschen weitersagen, weil diese Botschaft die Bedürfnisse der Menschen heute genau trifft. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Prophetie gegeben hast, das prophetische Wort, was uns genau zeigt, den ganzen Ablauf der ganzen Weltgeschichte und der Kirchengeschichte. Und wir können genau erkennen, wo wir heute stehen und dass du uns eine Botschaft gegeben hast, die den Menschen, bevor du kommst, der Jesus, verkündigt werden soll. Wir bitten dich, hilf, dass wir diese Dreienges-Botschaft verstehen, dass wir sie studieren, dass wir sie in- und auswendig kennen und dass wir den Menschen diese Botschaft weitergeben. Herr, weil es so viele Menschen gibt, die genau diese Bedürfnisse haben, nach Sicherheit, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Und wir bitten dich, dass du an den Herzen der Menschen wirken möchtest, dass du sie öffnest für dein Wort und dass sie dann diese Botschaft hören und annehmen. So schenkst du uns die Vollmacht deines Heiligen Geistes, dass wir mit deinem Heiligen Geist ausgerüstet sind, dass du den Spätregen ausgehst und dass du durch deinen Heiligen Geist das Werk beenden möchtest, dass du bekommen kannst, Herr Jesus, dass bald jeder Mensch gehört hat von dir, von dem Evangelium und von dieser Botschaft. So segne du uns und bleib bitte bei uns. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema, Lektion Nummer 13 dieses Vierteljahres Freunde für Gott gewinnen und die Lektion 13 lautet Ein Glaubensschritt. Gottes Segen für euch und bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube,